Warum dürfen wir nicht nach Pferd auf dem Weihnachtsmarkt? Weil wir drei im Weg lassen. So was gibt es nicht in Pferd. Und wenn wir uns einfach umbinden in den Bratwurstzimmer lachen? Nein, das hilft jetzt nichts mehr. Jetzt sind wir ja schon da auf dem Christkindlersmarkt. Und jetzt müssen wir halt auch dann leider da bleiben. Aber in Pferd ist doch viel schöner. Das weiß ich auch. Sag doch mal, findet ihr auch, dass das ja der Senf viel kälter ist als sonst? Ja, wenn wir da im ganzen Tag drinnen liegen, das macht voll überhaupt keinen Spaß nicht. Na ja, hoffentlich frisst du uns jetzt bei der Japaner. Dann haben wir es wenigstens hinter uns.